Du, du ist der Beste Was machen wir? Was machen wir? Arush, oder? Lassen wir Arschnacken, oder? Für Arschnack Wir stehen auch ganz gut für A Also ich meine auf Mirage spawten eigentlich nie für irgendwas gut Aber... Ich glaube, Broken Polska ist wirklich ein bisschen broken Hat ein Spin-Hack an Hat ein Spin-Hack? Ja, das springe ich nur so oben Ich gehe oben Was ist Mouse-Lag? Da oben, da oben Alleine Und das ZD, OCD ist gesmoked Einer ist Jungle Ja, Jungle Lol, einer ist On-Spot irgendwo Wo ist der On-Spot? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen Der hat Porsche holt Oh, der ist... Der hat durch die Smoke geholt Der hat durch die Smoke geholt Der ist CD... Rushed... Der Rushed... Er hat drei CD Da kommt die CD Einer ist Hälfte Einer ist Hälfte Messer an! Messer an! Ja! 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 Aaaaah! Aaaaah! Scheiße! Aaaaah! Aaaaah! Egal, wir haben Plant Aber gerade, Alter, du warst direkt neben Und dann ist das Knife, Mann Aaaaah! Er kennt ja, wir haben das Messer raus Ja, das war knapp Knapp Er wird direkt neben Ja, erste Runde, pass auf Das gehört noch alles Ich meine, erste Runde von mir überhaupt Aber wir können dann nächste Runde wahrscheinlich auch auf Was machen wir? Keine... Ja, Ico, ne? Und... Nochmal, würde ich sagen, einfach, oder? Ja! Unterschreibe ich Da können wir nächste Runde schon voll bei gehen Da können wir nächste Runde schon voll bei gehen Let's go, my brothers I'm flowing smoke Bitte... Bitte jetzt... Oh Gott, ja Oh Gott! CT2, zwei Mann Ja, bei Low CT Oh, sorry Geruchvoll durchs Attack Wollen wir vielleicht schnell auf B noch? Oh was? Der war irgendwie Action oder so Nee, ich bin Action Ja, aber vorhin... Der ist Der ist, zählt das Irgendwie so Wow Yo, yo Ah, ja Ah, kacke Was macht Sanchez da? P9 hier Schatz, der denkt sich Muff durch mal im Jungle Ja, komm, wir haben CT, komm, wir haben CT Das erwarten die nicht Geh an die Bergbank, bau was Das erwarten die nicht Nimm dir einen 4 in safe, nimm dir einen 4 in safe Wenn du kannst Schau denn Egal, Full-Buy Full-Buy heißt bei mir erstmal P90 Wollen wir mal... Mitt ist short, ich ist mal Connector Ja, jetzt Mitte ist mutig Oder A, A nochmal Ich würd erstmal rantasten, wie viel Arbeits sie haben wegen Mitte Boah, wir picken ein bisschen Nee, dann pick ich mal auf A Palace und guck mal was wir kriegen Ja, mal gucken wo wir einen Pick kriegen und dann... Ich geh schon mal Underpass Warte, ich geh da mal mit Wollt ihr in irgendeiner Richtung Stress machen oder da hinten oder... Soll ich das eher machen? Ich wär passiv im Underpass Bitte keine Aave Danke Du push mich mal window Schnell, short kommt, short kommt, short kommt Upshot Nice, good shot Window Auto Kitchen Ich hoffe die sehen mich hier nicht Komm hoch Oh, CT CT ist einer Richtung A Einer steht, einer steht Dings CT Richtung A Einer guckt jetzt gleich Guck jetzt Richtung Kitchen gleich Von CT aus Der wird da vorbeikommen, falls du gehabt, Flama Oder Sanchez Links kommt auch noch einer Sanchez Wahrscheinlich Geht A, geht A Oh nein Wo war der? Einer steht CT noch Scheiße Ich weiß nicht ob Underpass oder short aber Ich hab nicht viel Zeit Und einer steht CT auf jeden Fall Kannst du auf B gehen oder? Ich hab die Bombe und geht B 20 Sekunden, go 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 Ah, steht Minidöner Leiterung Ist jetzt short draußen Ja CT ist auch schon da Ja probier den auch zu picken, Mann Oder? Probier den auch zu picken Oder? Probier den auch zu picken Das ist was Ah Ja wenn die Bombe dann ist da Ja Riecht dich schon auf Aber Gasen können Äh, äh Ich kann nicht verhoffen Ich auch nicht Ich auch nicht Du hast ja auch schon Schatzkicks So Können wir langsam Arm machen? Langsam In der E-Fu Und schnell Plastics Pro Tactics Erwartet niemand oder? Ja, erwartet niemand Drum liegt da jetzt Feuer Weil es niemand erwartet Ah, steht CT Autosnippe Alter Die sind zu zweit CT Ja, die sind doch niemals zu zweit CT Äh Geh Ich will nicht mehr hier sein Ich möcht weg Ordentlich Ja auch nicht, deswegen geh ich jetzt nach B Ich schaff das auch nach B Jawoll! Hab's geschafft Komm hier glaub ich nicht mehr weg Mein Headshot gekriegt, kam nur noch 3 AP Sprech nicht mehr rum, dann passt das Sprech nicht mehr rum, dann passt das Sprech nicht mehr rum, dann passt das Sprech nicht mehr rum Sprech nicht mehr rum 180 Einer ist für Kitch'n Jo Dann auch mal der From Ja das Was? Piupiu piu 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 Oh schade 심ere ich sani durch die L andasi pf Pass auf, pass auf. Die ist geblendet für dich. Die liegt da an der Ecke, wo den Kuh ist. Da, rechts, rechts. K, 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 K. Das war eine richtige Anni-Play, Alter. Aber ich hab sie gar nicht gesehen. Ja, deswegen ist sie ja an Anni-Play. Ich hab's gesagt, sie liegt da, dass du sie von oben sehen kannst. Ja, aber auf beide Seiten kann man von oben sehen. Die haben gar nicht defused, oder? Ja, also. Was kauf ich? Sag einfach an dieser typischen Apps, Plant Ecke Plastik. Du sagst doch. Ich hab's gesagt, du kannst sie von oben sehen. Ja, aber von oben sehen kann man viel. Nein. Zum Beispiel den Gegner hättest du von oben sehen können. Ich kann von oben sehen, dass hier ziemlich viel Wein in der Luft liegt. Oh. Oh, der ist wieder durchs... CT steht einer. Oh, ich hab die mal genommen. Klop, klop. CT kann ich nicht machen mit der P90. Kann einer kurz CT piken? Einmal ganz kurz sich zeigen und dann... Ich schau mal. Ja, der ist nach links gelaufen. Jetzt sind wir wieder nach rechts. Mittig. Oh, da macht er mich. Der ist... Allein... Nein, dann bin ich das... CT. CT. Hinter dir. Ja, ich war... Du bist tot. Nein. Nein, ich bin tot. Hallo. Können wir einen B-Wash machen? P90. P90 war spät. Oh, P90. Bin ich immer dabei. Ich war jetzt in der Runde nix inne. Let's go, let's go! Oh. Die erste Runde seit lang, in dem's nicht mehr läuft hier. Hallo, man. Ob ich dabei bin. Haha. Wahrscheinlich. Ich blente. Okay, Kitchen. In der Smoke, in... In der Smoke liegt die... Oh, eine Kitchen. Pitch ein Auto, Tucker. Ja, noch ein zweiter. Einer kommt von Short, wahrscheinlich. Oder der war zumindest ein Connector. Das ist schlecht. Ich muss jetzt raus hier. Nee, Short ist nichts, glaub ich. Noch ein Shot. Nice. Very nice. Dann nimm die AWP. Wo ist die Auto? Links, links, links. Ah! Ja! Jawohl, nice. Kannst du mir die Auto geben? Ja, klar. Soll ich mal Mitte peeken, vielleicht? Oder so? Ja, ich peek Mitte mit. Wollen wir mal mit Play machen? Mal mit. Wir haben eine Scout, eine AWP und eine Auto. Okay, dann mal durch den B, oder? Ich spring vor mit der Scout. Dann kannst du auch mal B und dann einfach die ganze Zeit in den Maps warten. Und dann, Connector Gamer. Keiner, keiner, keiner. Keiner, keiner, keiner. B ist smoked. Spielen wir auf B, ja? B ist smoked. Connector ist gesmoked. B ist smoked. Oh, da ist einer. Ah! Ah! Alter, der kam zu früh. Komm jetzt, zwei Stück. Hallo, warum ist der nicht down? What the fuck? Geht nach A, oder? Der Slow, der hat nicht verfliegt. Der Slow, der hat nicht verfliegt. Oh, schade. Ja, ich war eben grad voll auf einem Tropf. Ist nicht down gegangen. Das heißt, das ist ja auch nicht Super Mario. Aufhüpfen bringt nichts. Wenn du auf ihm drauf bist. Du musst auf den schießen. Ja, komm. Ich hab 8000. Ja, ich hab auch 6000. Ja, dann kauf ich für Alp. Hier ist nackt. Bege mir mal eine Deagle, leg mir mal eine Deagle, tut du. Was über? Okay. Ah, ich piecke mir was. Ich piecke alles. Ich warte, bis alles vorbei ist. Ja, ich auch. Bombe. Ich geh mal underpass. Block mich halt. Komm mal lieber mit. Ja, CT war klar. Guck immer noch. Passt auf. Genau neben der Box der Typ. CT links an der Box, oder was? Naja. Dem hier einfach kein... Ja. Ja. Hä, ich dachte er ist schon durch. Hm. Oh, was? Mit so'n... Mit so'n... Mit so'n... Äh, Baguette hat ein VAC-Error. Einer aus dem Gegner-Team. Da ist noch nicht schwer. Also wo er direkt gebannt wurde oder was? Ne, ne. Das ist, äh... Der ist wieder so... Connector, Connector. Holy shit. Answortarm läuft ziemlich viel. Boah. Einer ist Jungle. Zu spät, Lama. Geil. Zu spät, Lama. Geil. Geil, geh, geh, geh. Geil auf den... Geil auf den... Guck, geh grad, holst du auf die Map, weil ich dachte, hä, warum sagst du zu spät? Und dann... Los Kunststoff X, mach es. Ich hab grad um auf die Zeit geguckt und... Hol die Sahne. Hol die Sahne. Ja, gestehrt, weiner. Seht ihr, weiner. Hit. Oh noch, äh, Jungle, Jungle. Letzter Jungle. Nice. Schön, schön, schön. Oh. Gute Nippel. Ey, P90 hat mich gerettet gerade. Gute Nippel? Sechze Schuss noch drin. Ah, richtig. Viele hätten grad reloaded. The Panic Reload. Das mach ich grundsätzlich. Wer will Awe haben? Äh, nein. Ja, komm, wenn wir nicht haben... Oh, er muss recht. Marc, war's los? Carry oder was? Auf einmal? No, no, no. Was ist los mit dir, Anti-Carry? Ja, heute schon. Keiner nimmt die Bombe. Stimmt. Jeder weicht hier professionell der Bombe aus. Zwei kommen durch, drei kommen durch. Nice. Mach mal die Bombe. Dann geh mal auf A. Connect. Down. Alle Gegner sind tot. Ihr habt gewonnen. Gut gemacht. Die Schnauze, ey. Schnauze, ey. Und ihr habt jetzt gewonnen, weil alle Gegner gestorben sind. Also ihr habt ja nicht die Bombe gelegt, aber ihr habt trotzdem gewonnen, weil nämlich alle Gegner entstanden sind. Döner in der Gesicht, ja. Weil die haben einen Bot, okay. Ja, wack. Ja, hoffentlich kriegen die... Hoffentlich kommt der nicht mehr rein oder so. Ja, der eine sagt auf jeden Fall BUN, aber... VCR-Deplications-Error heißt ja nur mit Team-Verbindung verloren. Ne, das heißt nur, dass irgendwie... ... das Frame auch nicht mehr, das Team irgendwie... Genau, mein ich. Seht hier einer? Habe oder was? Weiß nicht. I'm throwing a grenade. Zetter. Vier. Nice. Flash her, mach ins CT. Underwood. Zwei, zwei Underwood. Einer nur weg. Einer nur weg, einer nur weg. Einer geht hoch, einer geht hoch. CT, CT, CT. Ach, was fand ich? Jetzt ist CT. Das ist der Bot als Spieler. Bond-Spot. Nein, das ist nicht. Mach das zusammen, Plastix, warte. Nice. Bot. Drei Minuten später noch. Bitte komm nicht mehr rein, Alter. Bitte komm einfach nicht mehr rein. Ist auf jeden Fall nicht safe. Ah, ich hab lieber nix. Bitte komm einfach nicht mehr rein, Alter. Wenn du wieder reinkommst, hast kleine Eier. Halt dich schnauze, ey. Ja, du doch, ne, du Arschfinger. Komm mal A, oder? Komm mal A. Nee, nee, nee. Ich pique wieder um. Kann doch A umpicken. Dieser eine, der gerade Underwood war, der hat so rumgeleckt, Alter. Einer ist neben Stairs. Flasch. Hotspot-Move ziemlich viel. Hä? Okay, B. Das steht wahrscheinlich oben auf der, ja, das steht oben auf der Box. Da kann der durchgucken. Oh, mich hat... Oh nein. War nix im Monat. Entweder das sind wir, oder da kommt Mitte was. Das waren wir, glaub ich. Ah, gefasst. Ge-was? Safed. Fast. Erstmal an dem... Ist ihr sicher? Nein, jetzt könnt ihr das eigentlich sowieso vergessen. Könnt ihr eigentlich gleich safen. Jetzt werden die Kitschen schon sein. Ah! Ihr safet ganz leicht. Bruder, ihr habt 100%. Ja, wie sollen wir das eine Minute lang hier jetzt? Das schaffen wir nicht. Denk geht Underpass und stirbt, meinetwegen. Ha, ha, ha. Grenade! Noch nicht mal der Bot ist down. Ah, ne, was? Ich hätte ja einen CT-Spawn probieren zu boosten. Warum movst du eigentlich, Plastix? Damit die alle wissen, wo wir sind. Ja, gut. Stehst du's nicht? Also... Ja, nice. Er läuft einfach... Er läuft einfach an Toodoo vorbei. Er denkt sich gar nicht, warum Sneak Toodoo? Er rennt einfach rot vorbei. Ah! Ah! Oh, eine weitere Minute ist einfach los. Oh, scheiße! Was ist heute los? Kann mir jemanden P90 legen? Ne. Mit ganzem Anspruch los, danke. Du hast die Bombe. Ja. Ich bleib bei euch. Wenn es Richtung Jungle einer ist, onward. Okay, ihr seid alle auf. Lasst mich durch! Mit dem wir es angekündigt haben. Epo, der Monster durch. Epo, der Monster durch. Epo, der Monster durch. Oh, die sind anscheinend auf Argus Deck. Blende? Anchein auf Argus Deck zu sein. Ich bleib oben Apps. Ich guck Apps nicht. So, Sunshine kommt noch von da. 14 Steps. Ah, da war der Bot. Hat den nicht der Typ genommen? Drei Tickets. Einer Low. Ey, das gibt's nicht, Mann. Drei Kitschen. Zwei davon sind Low. Einer ist durch Fenster, jawoll. Terrorist West. Oh. Ja, Mann. Wir haben Bot. Ich hatte 20 Stunden bei der Dauna. Yes. Wemann? Hier? Eins? Okay, zu spät. Wemann? 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 Ich kann überhaupt nicht denken. Alles Low-Ups. Woher hatten wir Low-Ups? Ich meine gar nicht dich, Mann. Was ist denn los mit dir? Rush, 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 rush. Einer ist anspott. Eine Mitte. Nice. Sit down. Ich bleib. Wer hat denn die Smoke geschmissen? Alter, da steht noch einer. Wo? Am K glaube ich. Da steht anspott. Da stand anspott. Ja, noch einer, noch einer, noch einer. Letzte, anspott. Oh, sorry, sorry. Invisible Hex. Nice. Ja, dem ist ein Problem als CT, weil sie den dritten Mann nicht haben. Aber als T werden sie wieder ein bisschen was hinkriegen, denke ich. Ach, Mann. Als CT müssen wir es reißen. Ja, weil als T ist es besser mit dem Bot als als CT mit dem Bot. Was? Nö. Na, komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Als CT, wenn ihr mich A-Action lässt, dann gewinnen wir. Garantiert. Na, ich hab ein A-Action-Hack. Da so. Welche Seite vom Base-Bot? Woher kam? Da ist einer. Äh, Underpass. Pass auf. Halt er den wirklich durch diesen Block mit der Tiefel, ne? Ich hab den, ich hab den, ich hab den. Meinst du nicht Underpass, sondern Underwood? Underpass ist halt, ne. Hier unter dem Holz? Achso. Flashback. Äh, Bombe vielleicht? Na, ich suche sie mir mal. Ja, komm über CT. No Steps, da waren zwei CT. Wird wahrscheinlich einer jetzt im Jungle sein, der andere immer noch CT. Piotr. Mein Sohn. Piotr. Piotr. Ich nenn dich aber einfach Piotr. Piotr. Kann ich blenden? Da ist doch einer, jawoll. Ich blende. Diese Save-Coins von mir, Alter. Hat er einfach überhaupt nicht mit gerechnet. Wow. Äh. Terrorists win. Nice. Skid up, skid up, skid up. Dino more. Dino more. Alter, 4, 5, 12. Uuh, was ist los mit dir? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hat mein Hack von letzter Runde keine Energie mehr oder so. Muss erst wieder Mana-Punkte aufladen für den Hack, glaub ich. War das letzte Runde eigentlich? Nein, ja. Äh, ja. We must move. Flowing a Flashback. Oh, nein, ist nicht. Ja, überhaupt. Na, jetzt hab ich mir einen falschen Nates gekauft. Ja, ich hab einen. Ja, einer, andere wohlt, andere wohlt, andere wohlt. Einer hat CT, einer On-Spot. Wo ich alle gehintet habe mit den Längern. Einer noch, einer noch. Ich glaub der ist CT, oder? Kannst du CT schauen? Ja, der ist, der ist. Oder? Hä? Der ist CT. Ich glaub der ist CT. Ich glaub der ist CT. Halt die Schnauze. Das waren sehr voll gut. Gut, ah, easy, easy. Gut, ah, easy, easy. Gut, ah, easy, easy. Gut, ah, easy. C-Sided Map. I can be confirmed. Was? Rushbee? Irgendwas ist confirmed. Ich geh auf B. A lang. Äh, gibt's ja hier gar nicht. Ich würd auch mal gerne in B gehen. Ich geh A, Action. Wer geht Mitte? Ich geh B. Ich geh Mitte. Der Pole. Okay, dann geh ich B und Plastix und so. Ja, ich hab Polen, ey. Ist besser als Polen. Guckst du Apartments? Nochmal. Ich guck Apartments, ja. Ah, Steps. Viele Steps. Ein paar Steps. Der Bot. Und ich krieg ihn nicht. B Steps. B Steps. B Steps. B Steps. B. Äh, Rush. Oben Apps. Oben Apps Rush. Apps Rush. Äh, Sanchez probiert Ninja. Nicht verwöhnen lassen. Gehen alle um mich rum. Die haben wir jetzt an den ersten Runden Ninja, ey. Ja, warte, dann drauf. Aaaaah. Später ist der. Nein. Oh, da kriegt er mich. Noch einer, noch einer. Nice. Mach den Ninja los. Die rechnen nicht damit. Los. Okay, okay, warte. Oh. Oh, ja. Geil. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Keiner hat ihn erwischt denn, er ist unsichtbar. Ah. 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 Angeschlossen. Haha. Touch in Ninja, very wow. Haha. Wo war er denn bloß? Keiner konnte ihn sehen. Oh, ich geh direkt mit der Auge, Alter. Ich spray die alle weg. So, P90 kurz warm machen. Jetzt geht's wieder rund hier. Ja. Warte. 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 Ich hole euch jetzt. Ich hab euch mit der Köder gerade beschlossen, ne? Ja, das bringt das Glück. Ja, das bringt das Glück. Ja, das bringt extra Minuspunkte. Power des Polens. Äh, A Palace, Steps. A Palace, immer noch Steps. Oh, Palace, ganz viele Apps, 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 Apps. Ja, der Bot. What? 2, 2, mit Bombe. Bombe ist ok. Apps, Apps die haben geforced irgendwie. Die haben die... Spenden. Geht zusammen. Ich verstehe gar nicht, warum Plastik da so komisch hinter Dings her sneakt. Was? Er wollte halt jetzt auch mal sneaken. Da ist mit einer. Da. Nice. Noch einer. Wo? Apps, glaube Apps oder sowas war das. Apps ist da oben, ja. Ja, scheiße der ist oben drin. Throwing a grenade. Schaut zum Fenster. Zum Fenster schaut er. Er ist am Fenster in der Ecke. Rechts. Da ist er ja. Er muss jetzt machen. Brush. Nice. Hast du einen Defuser? Jawoll. Immer bestens vorbereitet dieser Piotr. 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 Hast du auch Klashklar von Krammens Aft? Der Minecraft. Okay. Äh, kann mir ein... Ah ne, warte mal. Ihr seid alle nicht so gut equipped. Stepgun droppen. Ich habe voll durch bei. Bip. Äh, ich werde trotzdem nur eine P90. Okay. Ähm, A, A. Action bitte nicht smoken. Flame lights. One on. Ich räum da jetzt auf. Dankeschön für das Aufschießen. Dankeschön. Dankeschön. Grenade. Dankeschön für das Aufschießen. Der ist ja nicht. Aber was, ich dachte ich gucke Apps. Ja ja. Ja. Pallis was. Bleib weiter auf Action. Schau du Pallis. Ich bin Underwood. Hier ist es ausgedrückt. Action down. Noch einer Action. Oh fuck. Einer ist Pallis raus. Er plantet. Geht auf A. Geht auf A. Geht auf A. Mark hast du überhaupt noch einen Bot gehabt oder was? Tetras oben. Oben Tetras. Nice. Oh letzter AWP man. Alter was für ein Shot. Pass auf der Scope, der Scope, der Scope. Bleib einfach bei der Bombe. Bleib einfach bei der Bombe. Lass ihn kommen. Ja gut. Der Mark macht immer genau das Gegenteil was du sagst. Du musst sagen rush ihn. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Los. Geht. Geht in die Smoke. Los. Werft eure Waffe. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja der wird nicht von CD kommen. Der wartet bis er euch picken kann. Ihr müsst einfach nur hinter euren Pflaumen bleiben. Pass auf dass er nicht Pallis kommt. Hinter euren Pflaumen bleiben. Ist aber cool wenn dir ein Wort nicht einfällt, sagt der normale Mensch über Dings. Du sagst halt Pflaume. Ja. Bist du gegen Pallis gedeckt? Holsgar? Ja. Gut. Pussy. Ja warum rusht er denn nicht? Du Schless. Alter wenn ihr euch jetzt beide holt man. Geht gar nicht. Du Schless. Du seid so Pussy. Der hat ja Narbe. Ja. Ich wäre dann mit dem Messer wenn ich losgerusht hätte. Runboost. Hallo. Er wollte einen Runboost machen und du willst einfach nicht mitmachen. Was ist denn da los? Komm hier unten im vierten Rücken. Oh geil. Ja. Wem denn? Hier. Plastik? Okay hier. Plastik. Plastische Chirurgen ne. Der Daisy spielt. Noch 160 Stunden genug. Was? Wer spielt Daisy? Plastik. Daisy ist voll scheiße. Zumindest die Standalone. Der ist richtig gut klar man. Daisy ist tollste. Ja wenn du scheiß Games magst. 2 Mitte. 1 HP. Die AWP hat 1 HP. 2 HP. Alter Bot Spray und ich treffe ihn nicht. 2 Mitte ne. 1 minus 99. Die Coil. Da ist ganz viel auf Mitte. Dann lass sie einfach da. Er hat 1 HP gehabt noch mit ihm. Das ist was anderes Plastik ne. Ja klar. Decoy. Ich verwirre ihn mal ein bisschen. Ich mach mal Slaps von hinten. Na ja Plastik mit. Naja. Was? Einer Low. Was? Was? Einer Low. Was? Weiter. 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 Die haben hier die Bombe gedroppt übrigens. Es sind noch 2. Oh du rushed doch rein mit Nester. Hast du gesagt. Ne ne der. Ja nicht jetzt. Das war letzte Runde das Angebot. Ich hab nicht mit dir gesprochen. Wer geht in Mitte? Hast du? Hm ich bin bitte. Willst du 2 LP? Äh nein. Dann guck ich Apartments. Warte gib mir die. Gib mir die. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Ah ich will sie nicht. Danke dafür. Ich würde auch nicht gebockt werden, Lars. Bist du schlau, ne? Wenn ich jetzt darum gebe, schiebe ich alles auf dich. Deploying Flashbine. Oh nice ne. Äh. One kill confirmed. Einer hat minus 70 HP. Ist immer noch Mitte. Wie du das betonst? HP? HP. Flashbine. Achtung Flash. Unten. Unten. Underpass. Ne ne. Unten Mitte. Action. Action. Jawohl. Keiner. A ne. Jo. Kommen die jetzt B oder was? Wo sind die denn? Ne die gehen durch Connector. Connector durch die Smoke. Oh. Ja die sind auf A. Habe sie gehört. A plantet. Einer ist CT. Ah. Scheiße. Der letzte Sandwich oder so. Der ist irgendwo da. Ja. Hopps. Ich habe hier nur noch ge-pre-fired ne. Das kommt nichts an. Krieg's kotzen. Hast du auch mit linker Maustaste geschossen? Ne. Mittlerer. Ja das geht nicht. Das war das Problem. Ah fuck. Daran lag's. Ja. Alter jetzt kaufen wir P90. Ich wollt doch. Ach kacke. Ich brauche einen Drop Toto. Ich brauche immer P90. Auf einer. Da liegt noch eine M4. Warum in die Hand hält. Hier. Hast du eine? Nein. Ja. Da hast du mal anders mit dir Koko. Ja. Sag's dir ein bisschen spät. Haha. Ja ich geb ihm. Aber irgendwann hast du ihn. Ja zwei Mitte. Drei Mitte. Vier Mitte. Oh Gott. Ähm. Warum hilft keiner? Die kommen alle Mitte. Die kommen alle Mitte. Ja. Durchs Holz schießt du einfach mal drauf und trifft mich. Die kommen alle A. Sind noch zwei im Connector. Was? Einer ist short. Einer low. Ich glaub der andere ist auch low. Throwing a grenade. Bomb has been planted. Alter was. Ähm. Müssen wir nächste Runde sowieso ikonen? Ja ne? Ja ne? Na gut. Damit hat sich die Fakke erlebt. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Wenn das der Bot gewesen wär. Aber warum hilft denn short Mitte nicht? Versteh ich auch nicht so. Ich bin direkt zu short gegangen. Aber war sunshus schon down. Ich dachte. Du sollst von short aus Mitte peaken. Und ich short irgendwie ganz weit hinten stehen. Ne. Ich bin noch hingegangen. Aber war sunshus schon down. Soll ich ihm noch helfen? Sunflash? Nein. Soll ich auch gleich drauf gehen. Sunshus. John Francis. Oh. Ah. Flash. Hier mit. Ah. Action. AWP. Ah. Action. Haufen Steps. Oder einer. Mit dem nix. Ne. Auch nix. Danke. Der Bot hätte mich wahrscheinlich gekillt. Ah. Action. Ist noch was. Kommt. Ist vor Underwood. Einer low. Einer nehm ich stairs. Die planten auf A. Bomb has been planted. Ach. Weck mich. Einer steht genau neben. Pew. Einer ist Underwood. Einer ist Underwood. Einer ist Underwood. Der eine war natürlich Netscher. Aber der zweite natürlich nicht. Nice. Können die kaufen? Ja. Ich gehe auf Short. Diesmal. Sunshus. Ok. Guck du mal Palace Apps. Apps meine ich. Ich schau ganz fest auf A Action. Plastix. Ok. Ich smoke einfach mein Palace oben. Japp. Wohl auch nicht. Weil die fliegt. Mitte 2. Ja. Mitte gesmoked. Ah. Action. Nichts. Guck von Short. Mitte so ein bisschen. Alter. Ok. Ich geh jetzt auf. Ich schau Mitte. Connector schau ich rein. Was macht ihr denn Al? Im Laufen natürlich wieder. Ah. Verdammt. Die. Einer geht auf A. Einer ist noch mit. Zwei sind noch Mitte. Sind Connector. Mitte. Überall. Ne bisschen. Ne bisschen. Letzter. Mitte. Letzter. Mitte. Letzter. Zeig ich einfach nicht. Zeig ich einfach nicht. Mark wird zu. Nice. Ja. Kann ich AWP haben? Kriegst du AK Toto? Ja. Hier. Willst du die AK Mark? Ja. Hier. Ich bin die Bank. Aber nicht nur zuverlässige. Doch ich hab von jedem zwei Magazine einbehalten. Ich schau wieder Action. Was Mitte? Hast du noch mehr Mitte? Ne einer nur. Ich schau Action ne? Schau du Palace. Jo. Ich schau Palace. Oh. Mehr Mitte. Ja. Oh ne. Mach schon gelb. Drei Mitte. Enden. Die steppen da ganz fleißig rum auf Mitte. Sind immer noch in der Ecke. Lieber nicht pieken oder? Ne lass mal. B pusht irgendwie? Ja gut. Dann geh ich jetzt an Spot B dann. Dann probier's so von hinten zu holen. Äh Palace. Scheiße. Sorry da. Mitte. Move ziemlich viel. Connector glaub ich. Palace down. Oh scheiße. Connector rein. Glaub ich. Das ist noch einer glaub ich. Connector. Ebene. Mäßig. Komm das Jungle rein. Boah. Den hätt ich ja eigentlich messern können. Oh. Nice. Nice. Warum hab ich den nicht gemessert gehabt? Ich dachte schon du läst vorbei. Der stand so schön da. Ey ich geh richtig nice für Mitte. Ich geh Mitte. Ja nice. Wo warst du? Äh Short. B. Wir müssen hin und machen Leute. Ich muss essen. Zwei Minuten. Äh zwei Runden. Musst dich nur anstrengen. Machst zwei Häls hintereinander. Ja ok. Ok. Wir sind wir eine Minute fertig wenn du so richtig schnell machst. Pass auf ja. Ich smoke jetzt mal Action. Ich smoke jetzt mal Action. Warte. 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 Mach kurz ein Ace. Das passt. Ja. Ganz easy mit einer Grafe. Bitte nicht. B B B B B. Viele Steps. Guck mal von Connector. Bitte. Connector guck bitte mit. Will du dich verschieben auf B? Ja ich komm mit. War nur der Bot auf A. Bitte nix. Ja lass mich weg. Ich geh wieder auf A vielleicht. Okay. Okay. Da war auch jemand. Ihr könnt jetzt hinten durch. Nach. War der da oder? Ja der Bart war. Da geh einer mal klar. Ah der ist. Bis zuerst. Messer hin. Messer hin. Ruhig. Achso nein. Ihr könnt euch da gegenseitig machen. Fernsehen ist ungesund. Nice. Joll. Geben wir schön Baller am Seren. Oh nein. Nicht aufgeben. Ey das ist richtig viel. In der letzten Runde auch noch. Ja. Kann man vielleicht in der fünften machen. Sechsten. Girlfriend. Wahrscheinlich hat der Bot gewoont jetzt im Aufgeben. Ey du bist so ein zweiter gewoont. Ich geh wieder mit. Ja das gilt sag ich doch. Ah. A Power. Ah verdammt scheiß. Schnelligkeitswichser. Einer ist A Action. Verdammt. Der ist sehr low. Sehr low. Einer ist on spot planted. Ach der letzte. Haha. Chichi. Motherfuckers. Chichi. Motherfuckers. Ich weiß. Ich weiß. Danke Lars. Ich muss auch mal ein paar Punkte haben. Ja gut. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Gigi meine Freunde. La lala. Schigi is a German water Pokemon. Also Leute wenn ihr die richtige Ewa zocken möchtet. Ich wär dabei. Aber ich muss das ganz was essen. Okay. Ich lass dir schmecken. Ich ess auch was. Was.